Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Gerade eben war der Postbote da und hat mir, wie ich schon sehen kann, ein wunderschönes Paket gebracht und ich habe es mal reingeguckt. Sieht schon mal Hammer aus und hier packen sie es jetzt mal aus. Also, falls ihr die anderen Videos geguckt habt, wisst ihr, um was es geht. Hier sieht man schon mal. So, hier ist das gute Stück und jetzt kommt die Lüftung des Geheimnisses. Wir haben hier sogar noch einen alten Schein zum Bestellen von der Depeche. Schon sehr cool. Hier Bestellnummer. So, jetzt. Das ist nur die neue Lok. Hier ist sie. Andersrum. Da. Sieht schon mal ganz gut aus, würde ich mal sagen. Dann holen wir sie noch raus. Hier. Da ist sie. Da sieht sie von vorne aus. Ich glaube, das war nämlich die Figur. Ja. So. Da sieht man ordentlich aus, würde ich sagen. Jetzt machen wir ein paar Farbbilder davon. Dann sage ich schon mal, danke fürs Zuschauen. Dann kommen die Farbbilder. Dann gucken wir noch mal ein bisschen drüber. Und dann war es das. Also, jetzt kommen erst mal die Farbbilder. Viel Spaß.